Es kommt etwas, was irgendwie komplett neu erscheint. Ich bin ja jetzt weder Technik noch Bitcoin-Profi, keine Ahnung. Ich gebe euch weiter, was ich mitkriege. Und der Elon Musk hat etwas damit zu tun. Meinem Empfinden nach bastelt er im Hintergrund bereits und da gibt es so etwas wie eine neue Währung auf einer ganz anderen technischen Basis. Und das passt auch zu ihm. Auch da scheinen sich ja die Geister, wenn du schon den Namen nennst. Ist er ein Guter oder ist er ein Schlechter? Den kannst du nicht einteilen. Der ist nämlich ein Pionier. Einen Pionier kannst du nicht einteilen. Das wirst du nicht schaffen. Ein Pionier bringt Wissen, bringt Ereignisse auf die Erde, die die gesamte Erde in die Entwicklung schicken. Das ist der Auftrag. Der zeigt uns auf. Der hat uns aufgezeigt, wie Bitcoin, wie alles in der Kryptowährung ins Schwanken kommen kann. Genau, er twittert einmal irgendwie Bitcoin und schon irgendwie geht der Kurs um 10.000 Dollar hoch. Und das hat er uns gezeigt damit. Der bringt noch einige Sachen auf die Erde. Der ist ja genauso dabei mit der Verschmelzung Mensch und Technik. Der ist ja schon dabei. Meinem Empfinden ist er schon dabei. Aber ist er ein Transhumanist aus deiner Sicht? Sag es anders. Was ist mit dem Wort? Was ist ein Transhumanist? Was ist das genau? Also eigentlich ist das heutzutage ein Euphemismus für Eugenik. Das ist, was es eigentlich ist. Aber ist es das wirklich? Ja, weiß ich nicht. Für mich hat es eher die Bedeutung dieses, was du eben sagtest, die Verschmelzung von Technik und Mensch, die wir ja jetzt schon haben. Also hier, das lässt man ja auch eigentlich nicht mehr los. Aber dennoch so eher mit einer dystopischen Aussicht. Ja, und was ist ein Mensch, der nicht mehr gehen kann? Der sich wünscht, mit einer Technik zu verschmelzen, damit er sich fortbewegen kann, ohne dass er geschoben wird. Also man muss ein bisschen aufpassen mit der Verurteilung. Jegliche Entwicklung hat positive und negative Seiten. Wir sind auf der Erde. Aber danke, dass du das, also das macht mir gerade totales Gänsehaut-Gefühl, weil ich denke, das ist die Information, die mir in dem Bereich echt gefehlt hat, das auch von der Seite sehen zu können. Ohne es... Das ist ein Stephen Hawking zum Beispiel. Ja. Aber ich weiß das deshalb. Ich habe meine Enkeling, oder U-U-U-Enkeling gechannellt. Das steht sogar teilweise im Buch drinnen. Ich möchte es bitte erzählen. Aber das hat auch mir Angst genommen. Die hat dann zugelassen, dass ich in der Zukunft bei ihr reinschlüpfen darf. Und ich war in ihrem Körper. Und das war so spektakulär. Ich habe durch das Auge ein Hologramm gesehen. Als wäre das ein Fernseher, wie das Wetter wird. Ich konnte aber sofort das Hologramm wegnehmen. Habe aber meine Gefühle und meinen Körper gespürt. War komplett bei mir. Konnte aber... Aber irgendwas war da im Auge drin. Es war aber nur... Ich glaube nur im rechten Auge. Und mir ging es aber gut. Also ich war nicht manipuliert. Das war ein ganz eigenes Gefühl, dass da wirklich ein technisches Element in meinem Auge drinnen war. Oder in ihrem Auge. Weil offen war das Auge nicht ganz. Da war auch eine Operation. Und sie hat das aber zugelassen, dass sie da das implementieren lässt. Und das hat aber funktioniert auch in der Hinsicht, dass im Körper, wenn da irgendein Spiegel, ein Messwert nicht so gut war, das hat es dir auch angezeigt. Wir hatten aber die freie Wahl oder ich hatte damals die freie Wahl, ob ich mir das einsetzen lasse oder nicht. Also wir wurden nicht gezwungen. Und das Witzige zu dem Zeitpunkt sah ich dann auch, also das war so wie ein Radiosender, ein freier Radiosender mit Bild als Hologramm. Da wurde dann auch gesagt, so wir haben jetzt wieder einen Sturm, einen energetischen galaktischen Sturm, der jetzt auf die Erde kommt. Es wäre jetzt empfehlenswert, dieses Supplement zu nehmen. Und das war auch sehr spannend. Also die Zeit verändert sich komplett in dieser Hinsicht. Und das ist ja natürlich absolut Science Fiction. Absolut. Also wer glaubte das? Und in 150 Jahren bin ich wahrscheinlich nicht mehr auf der Welt. Außer es kommt das, was ich auch gesehen habe. Die Leute entdecken dann dieses Buch und sagen, da steht es. Die haben es schon damals gewusst. Ja. Ja. Ich finde diesen Gedanken ganz spannend. Dieses, wie kommt man immer wieder in die Mitte? Also in die Mitte in Bezug darauf, dass du eben gerade gesagt hast, man muss aufpassen, dass man nicht das nur verteufelt, sondern, aber es darf auch nicht zu viel werden. Es darf auch nicht krank werden. Es darf auch nicht in einer, so fühlt sich das eben für mich dystopisch an, wenn ich darüber nachdenke, dass es in einer totalen Kontrolle endet. des Menschen. Also wie gelingt es die, wie gelingt es immer das Gute aus dem zu nehmen und immer wieder in der Mitte zu sein? Na, ich persönlich nehme ja eben nicht immer das Gute raus, sondern ich schaue mir genau an, was mich nervt und was mich echt verärgert. Beispielsweise die Verschmelzung von diesen Technischen und Menschlichen. Und ich gehe da rein und schaue es mir an, was bringt es eigentlich für die Menschheit auch? Also wenn du genau da reingehst, wo du verurteilst und dir das auch anschaust, dann kommst du zur Klarheit. Du musst halt darauf achten, dass du nicht recherchieren gehst. Weil viele Menschen derzeit bezeichnen sich als erwacht, weil sie recherchieren gegangen sind und draufgekommen sind, ja, da das Ding mit der Impfung, da stimmt ja was nicht. Da gibt es ja auch, das ist ja so finschichtig auch das Thema und warum das hier ist und warum das nicht so stimmt und so weiter und so weiter. Also man muss sich das Ganze schon immer auch aus einer breiten Perspektive ansehen. Aus einer sehr breiten Perspektive. Und man sollte auch darauf achten, dass man nicht ständig auf die Recherchen von anderen Menschen achtet. Weil man dann nicht bei seiner eigenen Intuition ist und nicht bei dem eigenen Gefühl. Genau. Dann geht es am Ende darum, ums Fühlen, aber auch Bulletproof zu werden. Also Bulletproof gegen das, was von außen kommt und nicht die ganze Zeit im Struggle damit zu sein. Naja, aber wenn du nicht einmal angeschossen wirst, dann kannst du dich auch nicht weiterentwickeln. Womit wir wieder beim Schmerz wären. Das ist ja, also die Erde ist ja wirklich so ein kleines Bootcamp und wir sind eben in dieser Dualität drinnen und wir sind nicht gefangen, nein, wir sind die Mutigen, die einfach inkarniert sind und gesagt haben, okay, wir gehen jetzt mal an, wir wollen ins Bootcamp rein und wir lernen halt einfach, es macht ja auch Spaß. Ich meine, wenn ich mir denke, wo ich da durchgegangen bin und wie sehr ich meine Ex-Arbeitskollegin gehasst habe, weil die mit meinem Ex-Mann ein Kind gezeugt hat und jetzt ist es mir wurscht. Das hat mich stark geprägt, dass ich mir auch mal die Augen aufmache und ich bin ihm dankbar dafür, dass ich durch so viele Tiefen gegangen bin, auch dadurch. Das hat mich einfach stark gemacht. Das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich kann anderen Menschen helfen. Also dankbar denen zu sein, die einem Schmerz zugefügt haben, weil es resilient auch macht? Ja, genau. Resilienz. Auf alle Fälle. Guck mal, Resilienz. Das ist ein neuer Sendungstitel. Resilienz. Neue Rechtschreibung. Ja. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.